Hey Leute, ich bin Scarface von my1337. Ab heute ist unsere 1337 Community Page online. Wir hoffen natürlich auf viele Mitglieder, die sich anmelden und mit dem, was wir ihnen zur Verfügung stellen, zufrieden sind. Über die Community könnt ihr zum Beispiel Gather, PCWs oder ähnliches spielen. Es gibt ein Gegnersuche-Tool über das IRC-Netzwerk, womit es natürlich eine Leichtigkeit ist, schnell und einfach Gegner zu finden. Clan-Events würde es geben, sprich Turniere etc. Dann bieten wir euch die Möglichkeit, auf unseren Community TeamSpeak-Server zu kommen, um zusammen zu zocken und zu labern usw. Wo ihr auch Leute aus unserem Clan antreffen könnt, falls es irgendwelche Fragen gibt oder ihr einfach eine Runde mit uns spielen wollt. Halt eine gute Sache für Leute, die sich nicht an einen Clan binden wollen, aber trotzdem gerne mit netten und freundlichen Leuten zusammen spielen möchten. Ein Feature, das bestimmt heiß begehrt sein wird, ist unser kostenloses Server-Sponsoring. Und nicht zu vergessen, um dabei zu sein, müsst ihr nichts bezahlen. Es ist natürlich alles kostenlos. Und ich hoffe, die Community gefällt euch und dass viele von euch das, was wir ihnen zur Verfügung stellen, auch nutzen. Viel Spaß damit. Ich bin raus. Viel Spaß. Viel Spaß. Untertitelung des ZDF, 2020